Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, ich bin nicht sicher, ob es in allen Ortschaften so der Fall ist, aber in Saarbrücken zumindest, wenn ich seit Wochen unterwegs bin, sehe ich Plakate. Es wird beworben im öffentlichen Fernsehen, eine Themenwoche, Glauben. Und dann werden Leute gefragt, ich glaube an, und dann geben sie eine Antwort. Da gibt es natürlich einige, die sagen, ich glaube an gar nichts. Ich glaube an mich selbst. Ich glaube, dass dies und jenes geschehen kann. Was die Medien hier tun, liebe Schwestern und Brüder, nur in Klammern gesagt, wozu es theologische Rundfunkbeauftragte gibt, dann zieht sich meine Kenntnis, wofür die bezahlt werden, weil nämlich mit dieser Frage schon einer Sache Vorschub geleistet wird, die im Deutschen schwierig ist. Was sage ich, wenn ich den Satz formuliere, ich glaube? Was sagen wir als Christen, wenn wir gleich wieder, credo in unum deum, ich glaube an den einen Gott. Was drücken wir damit aus, wenn wir das sagen? Wenn wir sagen, ich glaube an Gott, sagen wir dann das Gleiche wie, ich glaube, dass morgen wieder schönes Wetter sein wird. Ist das die gleiche Aussage? Letzteres mit dem Wetter ist eine Vermutung. Und möglicherweise haben wir Wetterdaten. Oder einige, ich frage dann immer Matthias hier, der hat eine Wetter-App. Der schaut dann immer, wo die Regengebiete hereinziehen und ob sie uns gerade noch erwischen oder ob wir im Sonnenschein bleiben. Solche Vermutungen, liebe Schwestern und Brüder, werden auf alles übertragen. Und wir, die wir hier sitzen, sind die Deppen der Nation. Wir gehen davon aus, wir vermuten einmal, dass es sowas wie Gott gibt. Ja, dann sehen wir ziemlich alt aus. So werden wir auch in der Öffentlichkeit dargestellt. Also ein bisschen Zurückgebliebene, wir müssten eigentlich alle in eine Behindertenanstalt für geistig Minderbemittelte, die noch sowas brauchen wie Gott. Inzwischen hat sich doch das gründlich geändert, oder? Wir können doch Dinge prüfen. Wir können Dinge messen. Also, es ist so ähnlich wie jener erste Kosmonaut, der mit der Rakete nach oben geschossen wurde. Da haben sie den Wettler vor den Amerikanern gewonnen. Und der ganz stolz zurückkam und natürlich den Herren, weil denen das im sowjetischen System natürlich wunderbar zu passt, kam und sagt, ich war da oben im Weltall, ich habe Gott nicht gesehen. Also ist doch klar. Himmel, alles Quatsch. Gibt es überhaupt nicht. Wenn wir das so hören, müssen wir uns selber fragen, ja, aber was ist es denn dann mit dem Glauben? Wir sind im Moment auch als Kirche genau in der Gefahr, auf diese Art und Weise des Weltbildes einzugehen. Wir versuchen den Glauben innerhalb dieses Denkens, das wir dann manchmal als wissenschaftlich etikettieren, obwohl das mit viel mehr Annahmen und Hypothesen arbeitet, als uns eigentlich oft klar ist. Wir versuchen den Glauben da hinein zu übersetzen und sagen, nun schaut doch mal, es ist gar nicht so blöd, was wir machen. So dumm wie wir aussehen, sind wir gar nicht. Wir strengen uns doch zumindest an. Und wir merken immer, es ist wie mit dem Hasen und dem Igel. Wir kommen immer zu spät. Die anderen sind immer einen Schritt weiter und das, was gestern noch die große Erklärung der Welt war, das wird heute mit einer kleinen Handbewegung, kommt eine neue Meldung rein und dann ist das Schnee von gestern. Was interessiert mich das dumme Geschwätz von gestern? Ist es das, worauf wir uns einlassen? Ist das unser Glaube, den wir gleich bekennen, den wir leben, weshalb wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen, weshalb wir uns Christen nennen und uns nicht nur so nennen, sondern es wirklich sein wollen? Wenn wir den Satz sprechen, ich glaube, dann tun wir damit etwas ganz anderes als vermuten. Wir tun einen gewissen Sprung, ja. Wir unterstellen, dass es in dieser Welt einen Sinn gibt. Einen Sinn, den wir nie selber herstellen können. Niemand von uns, kein Theologe und kein Papst, kann einem anderen einfach den Glauben auf den Tisch legen und sagen, so, hier hast du es. Jetzt Vogel friss oder stirb. So wird es nicht gehen. Deshalb sagen wir unverwechselbar, ich glaube. Ich glaube. Weil von jedem von uns, liebe Schwestern und Brüder, wird dieser Schritt abverlangt, sich auf etwas zu stellen. Dieses Buch, das nächstes Jahr, glaube ich, vom Erscheinungsdatum 50 Jahre alt wird und immer noch lesenswert und immer noch aktuell ist von Josef Ratzinger. Einführung in das Christentum. Dort versucht er im ersten Kapitel etwas deutlich zu machen mit einem Wortpaar im Deutschen. Stehen und verstehen. Das hängt ja irgendwie vom Klang schon und von den Wörtern her zusammen. Wer sagt, ich glaube, stellt sich auf diesen Sinngrund, dass dieses ganze Universum, diese Welt, dass das menschliche Leben, ja meine Existenz, dass ich bin, und zwar so wie ich bin, einen Sinn hat. Und dass dieser Sinn von Gott kommt. Und dass sich dieser Sinn hineinbuchstabiert hat in die menschliche Geschichte hinein. Das ist also nicht irgendetwas Fremdes, Wolkiges. Manchmal redet man dann gerne vom Geheimnis und denkt, das sind so Weihrauchwolken, die irgendwo herumziehen. Man sieht es nicht ganz klar. Aber wenn das mal weggeblasen ist, dann sehen wir alles deutlich. Es ist eine ganz andere Art der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Weil es ist uns doch auch deutlich, alles, was wir hier feiern und was andere feiern, die Messbarkeit. Das wirklich, ich glaube nur, was ich sehe, ist auch so ein Satz, der da gesendet wird. Alles das ist schnell weg. Es ist ein kurzer Augenblick. Im nächsten Augenblick kann es vollkommen anders sein, als wäre es nie da gewesen. Wir können ja das, was wir dann oft messbare Wirklichkeit nennen, gar nicht festhalten. Und dann? Also auch die sogenannte moderne Naturwissenschaft und wirkliche Naturwissenschaftler wissen, wie relativ das ist. Darauf kann man nicht bauen. Das ist auf Sand gebaut. Wer sagt als Christ, ich glaube, stellt sich auf den festen Grund, dass es einen Sinn in dieser Welt gibt. Und nicht nur einen allgemeinen Sinn, sondern dass dieser Sinn Gott heißt. Und noch mehr. Dass es nicht ein ferner Gott ist, nicht irgendein abstraktes Wesen, sondern dass dieser Gott, an den wir glauben, sich zeigt und sich sehen lässt in einem menschlichen Angesicht, in Jesus von Nazareth, einer geschichtlichen Gestalt vor 2000 Jahren. Dass er uns mit jeder Faser, mit jedem Wort, mit jeder Handbewegung, mit jeder Heilung zeigt, wie Gott ist. Und dass wir ihm heute noch nah sein können, wenn uns Gottes Geist zusammenruft, wie heute Morgen. Wenn wir diese Gemeinschaft derer erfahren, die sich auf diesen Sinngrund stellen. Und indem sie dort stehen, das ist eine Grundentscheidung mit dem Satz, ich glaube, indem ich mich dort hinstelle und hier stehe, beginne ich zu verstehen. Aber erst dann. Nicht von außen her. Nicht mit Argumenten. Nicht mit dem, dass man den Glaube versucht, in Sätze herunterzubrechen, dass es jede Nase im Großmarkt versteht. Nicht, dass wir etwas Besseres wären. Aber Glaube, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Versuch machen wir seit ungefähr 50, 60, 70 Jahren, ist kein Ausverkaufsmodell. Es ist eine andere Sicht der Wirklichkeit. Wer an Gott glaubt, wer an Gott, den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist glaubt, sieht tiefer. Tiefer heißt, die eigentliche Wirklichkeit, das, was wirklich bleibt, was Leben prägt, was Geschichte bestimmt, was menschliche Schicksale nicht nur beeinflusst, sondern ihnen überhaupt erst eine Gestalt gibt. Denn wenn alles von Gott kommt, dann finde ich auch meine Wurzel, meinen innersten Kern in Gott und suche nach der Übereinstimmung. Das nennen wir christliches Leben. Was Jesus heute im Evangelium, was er Nikodemus sagt, das müssen wir immer wieder neu entdecken. Deshalb spricht Josef Ratzinger damals davon, dass dieses Glauben und dieses sich Hinstellen in diesem Sinnzusammenhang, dass es etwas Abenteuerliches hat. Und es ist wahr. Nicht die Plausibilität von außen, der Ausverkauf oder das Herunterbrechen der Glaubensinhalte, sondern der Mut zum Abenteuer, wenn ich sage, ich glaube. Der Mut, mit dem dreifaltigen Gott zu leben, der Mut in den Spuren Jesu zu geben. Das heißt Glaube. Und dazu sagen wir am Ende immer Amen. Und beide Worte haben aus dem Hebräischen die gemeinsame Wurzel. Sich festmachen, sich festhalten. Und eines ist gewiss, wir können unser ganzes Leben an diesem einen dreifaltigen Gott festmachen und es wird beständig sein.